Der Bundestag debattiert nach der Regierungserklärung des Bundeskanzlers zur Aussprache zum Europäischen Rat heute und morgen. Und der Nächste, der hier das Wort ergreift, ist Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP. Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Europa bleibt geprägt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Verbrechen gegen die Bevölkerung, die täglichen Menschenrechtsverletzungen, das bewusste und willkürliche Töten von Zivilisten, von Menschen und Familien, das geht weiter dieser Tage. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gehört leider zum Alltag der Menschen in der Ukraine. Doch er darf niemals etwas Alltägliches werden, meine Damen und Herren. Die russische Strategie hat sich ja dieser Tage geändert. Das wird deutlich. 30 Prozent des Stromnetzes sind zerstört und mittlerweile über 1.000 Orte ohne Stromversorgung. Russland zeigt, dass es auf stumpfe Zerstörung aus ist. Die Terrorisierung der Menschen in der Ukraine ist das strategische Ziel Putins. Und Herr Rupala, eigentlich wollte ich nicht auf diese absurde Rede eingehen, aber es ist notwendig. Denn das, was Sie hier betreiben, ist Täter-Opfer-Umkehr. Es ist übrigens die Empfehlung, dass sich Deutschland aus der westlichen Staatengemeinschaft verabschiedet. Wie absurd! Es ist nicht im nationalen Interesse, was Sie hier sagen. Das, was Sie sagen, richtet sich auch gegen Deutschland. Es ist absurd, so etwas hier zu behaupten, Herr Rupala. Der Aggressor ist im Kreml. Es sind Ihre Freunde im Kreml, die diese Menschen angreifen und terrorisieren. Und ich sage das deshalb, weil Sie von aggressiver Sanktionspolitik gesprochen haben. Aggressiver Sanktionspolitik. Ich habe gerade von den Terroraktionen Putins gegen Menschen in der Ukraine gesprochen. Herr Kollege Rupala, liebe Kollegen der AfD, hören Sie auf, so etwas zu sagen. Ich will hier eines aussprechen. Das, was Sie anempfehlen, ist, dass dieses große Land, das sich Deutschland aus dem Westen verabschiedet, das darf niemals Politik in Deutschland sein. Gerade nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn das Ziel Putins ist es, die Ukraine zu zerstören, damit es sich nicht mehr lohnt, über ein Danach zu reden. Und Herr Bundeskanzler, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie genau über dieses Danach gesprochen haben. Das müssen wir bereits heute, trotz der schrecklichen Bilder, tun. Wir müssen über einen europäischen Marschallplan für die Ukraine reden. Und ein erster, ganz wichtiger Schritt ist die Wiederaufbaukonferenz am 25.10. hier in Berlin. Wir wollen die Ukraine beim Wiederaufbau unterstützen. Das wollen wir bereits heute in aller Klarheit sagen. Genauso will wir die Ukraine bei ihrem Weg nach Europa unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will direkt jetzt natürlich auf die Auswirkungen auf Deutschland, auf die Menschen in Deutschland und unsere Wirtschaft zu sprechen kommen. Deutschland und Europa befinden sich aktuell in einem Energiekrisenmodus. Deshalb ist es so wichtig zu betonen, dass die Bekämpfung der Inflation und der hohen Energiepreise natürlich für uns alle höchste Priorität hat. Und wir wollen vermeiden, dass es zu Strukturbrüchen kommt. Wir müssen uns in Europa auf unsere großen Stärken deshalb besinnen, unsere wirtschaftliche Stärke, die Solidarität und Geschlossenheit der Europäischen Union und auf Demokratie und Freiheit. Herr Kollege Dürer, Entschuldigung, Herr Dürer, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion? Ja. Ich neige normalerweise nicht dazu, aber ich finde, die dürfen sich auch öffentlich lächerlich machen. Kollege Büstron, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Kollege Dürer, dass Sie auch in so einer ernsten Situation noch Ihren Humor bewahren. Das ist gut. Sie haben ausgeführt, dass der Aggressor in Moskau sitzt. Das stimmt. Russland hat die Ukraine angegriffen, nicht Deutschland. Und wenn Sie sagen, wir sind als ein Teil Westens und wir dürfen uns davon nicht verabschieden, das ist auch richtig. Aber ein Teil des Westens waren wir schon immer. Und es war eine gute deutsche Außenpolitik, übrigens liberale und sozial-liberale Koalition, haben Sie betrieben, die auf Versöhnung ausgerichtet war, auf Diplomatie, nicht auf Eskalation. Und es waren liberale Außenminister, die sich für Dialog eingesetzt haben. Und nichts anderes fordern wir von der AfD. Und wir hatten hier diese Woche gerade eine Expertenanhörung, die uns bestätigt haben, dass die USA einen aggressiven Wirtschaftskrieg betreiben. Die ziehen gerade Schlüsselindustrien in die USA. Es werden Firmen hier in Deutschland, wir gehen pleite. Andere Firmen wandern in die USA ab. Also bitte öffnen Sie die Augen. Sehen Sie das ganz deutlich, dass Ihr transatlantischer Partner auf unsere Kosten Politik betreibt und Wettbewerber vom Markt verdrängt und Firmen zu sich nach Hause holt. Und davor warnen wir Sie. Das war der Schlüssel, die Kernaussage der Rede von unserem Vorsitzenden. Also verkennen Sie das bitte nicht. Also ich will eines betonen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, wenn ich antworten darf auf diese Frage. Das ist nicht mein transatlantischer Partner, sondern seit vielen Jahrzehnten unser transatlantischer Partner, die Vereinigten Staaten von Amerika, die den Frieden nach Deutschland gebracht haben. Die den Frieden nach Deutschland gebracht haben. Und der tiefere Sinn, wenn ich es so sage, nach Ihrer Frage. Und die tiefere These lautet ja wie folgt. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir das hier einmal ansprechen dürfen. Die tiefere These dahinter lautet ja, man dürfe nicht Waffen liefern. Ihr Vorsitzender hat es hier gerade erklärt, sondern man müsste reden. Niemand in der Ukraine, niemand hier kommt doch auf die Idee zu sagen, wir würden uns nicht bereits heute Nacht wünschen, dass Frieden in der Ukraine herrscht. Und das ist genau das, was ich mit Täter-Opfer-Umkehr meine, Herr Kollege. Natürlich wollen wir Frieden so schnell wie möglich. Dort sterben Menschen, dort sterben jeden Tag Kinder und Familien, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist doch Wadimir Putin, der nicht über Frieden reden will, sondern Kampfdrohnen nach Kiew geschickt hat. Das ist doch die Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Recht der Ukraine, sich zu verteidigen, es abzusprechen, indem wir Waffenlieferungen einstellen, das wäre die wahre Unmenschlichkeit in diesem Konflikt. Vielen Dank, dass ich das an der Stelle noch einmal darstellen durfte. Ich will jetzt, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf die Europäische Union und das, was wir energiepolitisch richtigerweise tun können und machen sollten, zu sprechen kommen. Und Herr Kollege Merz, Sie haben einen, wie ich finde, richtigen Punkt angesprochen, den ja die Bundesregierung, die regierungstragenden Fraktionen bereits im Abwehrschirm für die deutsche Wirtschaft, für unser Land, für die privaten Haushalte mit verankert haben, nämlich ein Belastungsmoratorium. Das war auch ein wichtiger Wunsch meiner Partei. Herr Kollege Merz, ich teile Ihre Einschätzung, dass das auf europäischer Ebene auch der Fall sein sollte. Ich will jetzt mal etwas, entschuldigen Sie, die Wortwahl über Spitz sagen. Es gibt Wahlkämpfe der CDU, die nicht erfolgreich waren. Und danach haben CDU-Mitglieder auf ihre Autos den Aufkleber gemacht. Meckert nicht, ich habe CDU gewählt. Ich will Ihnen antworten bei der Europawahl. Meckert nicht, ich habe FDP gewählt. Ich würde mir wünschen, dass die CDU-Kommissionspräsidentin das, was Sie hier richtigerweise vorschlagen, und ich hoffe, Sie haben Ihre Nummer, das, was Sie hier richtigerweise vorschlagen, auch zur Politik der Europäischen Kommission macht. Sie haben uns voll an Ihrer Seite. Das ist aber keine Frage, die hier zu entscheiden ist, sondern die CDU-Kommissionspräsidentin sollte diesen Weg gehen. Wenn wir das zusammen machen können, Herr Merz, wäre ich sehr dankbar und glücklich. Das wollte ich gesagt haben zu diesem guten Vorschlag. Es ist aber richtig, dass wir gleichwohl auf europäischer Ebene gemeinsame und konkrete Schritte gehen, beispielsweise der Vorschlag für einen gemeinsamen Gaseinkauf, insbesondere für die Füllung der Gasspeicher, was ja wieder notwendig sein wird im kommenden Winter für die Jahre 2023 und 2024. Es ist ein richtiger Gedanke, hier einen Mechanismus zu finden, die Preisdynamiken im europäischen Gasmarkt zu verringern. Denn insbesondere mit Blick auf LNG ist die Dämpfung der Preise im Großhandel durch neue Referenzpunkte extrem wichtig. Solche technischen Dinge müssen auf europäischer Ebene geklärt und gemacht werden. Daher ist es richtig, dass wir sowohl auf europäischer als auch hier in Deutschland auf nationaler Ebene jetzt Schritte einleiten. Auch zur Ausweitung des Angebots, und deswegen habe ich es für richtig gehalten, dass der Bundeskanzler erklärt hat, dass das Bundeskabinett, dass die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke über diesen Winter hinaus vorschlagen wird. Allein das Kernkraftwerk im niedersächsischen Emsland wird in dieser Zeit 6,8 Millionen Menschen mit Strom versorgen. Gleichzeitig müssen wir aber auch an die Energiepreise heran. Diese Energiepreise in Deutschland, diese Strom- und Gaspreise, kann sich kein privater Haushalt, kann sich kein mittelständisches Unternehmen leisten. Und deswegen werden wir im Rahmen des Abwehrschirms eine Gaspreisbremse und eine Strompreisbremse für Deutschland installieren, meine Damen und Herren. Die 200 Milliarden Euro, die dort an Kreditermächtigungen bereitgestellt werden sollen, ist ja nicht das Ziel, einfach nur Geld auszugeben, meine Damen und Herren, sondern die klare Aussage zu tätigen, mit diesen hohen Preisen wird niemand allein gelassen in Deutschland. Als Solidargemeinschaft werden wir das gemeinsam stemmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal dieser Tage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben Weiteres getan. Die Entlastungspakete sind von meiner Kollegin Hasselmann vorhin schon angesprochen worden. Auch die Volumen der Entlastungspakete suchen ihresgleichen. Wir werden beispielsweise im Rahmen des Inflationsausgleichs bereits für das kommende Jahr auch steuerlich die Menschen unter die Arme greifen. Denn die hart arbeitende Mitte in Deutschland, die diesen Steuerstaat trägt, die hat genau das verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden mit der Gaspreisbremse über Einmalzahlung im Dezember und dann zu echten Reduzierungen beim Gaspreis im kommenden Jahr für die Unternehmen, aber auch für die industriellen Verbraucher und insbesondere für die privaten Haushalte die richtigen Schritte machen. Aber ich will zum Schluss, Frau Präsidentin, sagen, ich habe das vorhin in Bezug auf die Ukraine bezogen, aber das gilt auch für Deutschland und Europa. Wir sollten mehr als nur raus aus der Krise. Wir wollen eben auch an morgen denken, meine Damen und Herren. Und ich will an der Stelle sagen, dass deutsche Energiegeschäftsmodell die niedrigen Gaspreise und gleichzeitig hohe Unternehmenssteuern, das ist dieser Tag in Gefahr, weil eine Säule weggebrochen ist. Und deswegen müssen wir uns auch energiepolitisch international diversifizieren. Beispielsweise Energiepartnerschaften mit Afrika. Auf der europäischen Ebene wird gerade das Thema synthetische Kraftstoffe verhandelt. Wie wäre es denn, wenn wir gemeinsam mit Afrika es hinbekommen, dass wir Energie von dort bekommen in Zukunft, aber gleichzeitig dadurch eben auch zusätzliche Entwicklungsarbeit dort betreiben können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein ganz wichtiger Punkt heute bereits an morgen zu denken ist, dass wir die nächste Krise, die unseren Wohlstand in Deutschland bedroht, bereits in den Blick nehmen. Und das ist der heftige Arbeitskräftemangel bereits. Der kostet uns bereits Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Deswegen wird diese Koalition eine Fachkräfteeinwanderung bereits in dieser Woche mit einem ersten Schritt. Und kommende Schritte werden in diesen Monaten Folgen auf den Weg bringen, meine Damen und Herren. Gerade die Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt, den Fehler der alten unionsgeführten Bundesregierung endlich zu korrigieren. Das wird Wohlstand in Deutschland in Zukunft sichern, meine Damen und Herren, und macht unser Land auch krisenfester. Auch das will ich unterstrichen haben. Und deswegen sage ich zum Schluss, ich bin für alle Vorschläge, die dieser Tage gemacht werden, weil es gibt nicht den einen perfekten Vorschlag. Sehr, sehr dankbar. Und Herr Merz, Sie haben hier in Ihrer Rede gerade immer wieder angemahnt, dass man mehr machen müsste. Aber das Geheimnis, was Sie stattdessen vorschlagen würden, sind Sie aus meiner Sicht schuldig geblieben. Und das ist nicht leicht, keine Frage. Aber ich will einen Vorschlag von Ihnen aufgreifen, der vergleichsweise konkret war. Sie haben gesagt, anstatt 300 Euro für jeden, Sie haben ja gerade im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages die 300 Euro für die Rentnerinnen und Rentner bewusst abgelehnt. Ich halte das für einen Fehler, aber das muss noch mal gesagt werden. Aber ich will Ihnen eins sagen, der Vorschlag zu sagen, stattdessen 1.000 Euro für das untere Drittel, klingt zunächst gut. Aber was heißt das denn konkret? Was heißt das für den Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin, die genau einen Euro mehr verdient als das untere Drittel? Die gingen komplett leer aus. Und da bin ich beim Bundeskanzler. Wir lassen in Deutschland niemanden alleine. Ich bin dankbar für Vorschläge der Opposition. Das ist auch Ihre Aufgabe. Aber Sie müssen so konkret sein, dass man sie auch in deutsche Politik umsetzen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank.